Was sagt die Bibel zum Umgang mit Trauer? Bei meiner Arbeit beobachte ich zwei Fehler. Der erste ist, dass manche sich gar nicht erlauben, zu trauern, zu weinen. Dabei ist es so wichtig, weil Trauer ein Heilmittel ist für eine verletzte Seele. Der zweite Fehler ist, dass manche gar nicht raus wollen aus der Trauer und da drinnen stecken bleiben und die heilsame Trauer dann in eine Depression oder in Bitterkeit übergeht. Der weise König Salomo schreibt, alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Gott hat das wunderbar eingerichtet. Es ist heilsam, es ist ermutigend, gemeinsam zu trauern. Was sagt also die Bibel zur Trauer? Ich darf trauern. Trauern heilt, solange ich nicht in der Trauer stecken bleibe. Zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 12, Vers 15, dort steht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich habe den Eindruck, manche lesen das so. Freut euch mit den Fröhlichen und sagt den Traurigen, dass sie nicht weinen sollen. Aber das steht so ganz bestimmt nicht in irgendeiner Bibelübersetzung. Wir können aber noch einen Schritt weiter gehen. Hier heißt es, weint mit den Weinenden. Das bedeutet also, wir sollen mitweinen, mitfühlen. Das ist es gerade, was jemand in dieser Situation braucht. Gute Ratschläge und Belehrungen sind hier weniger hilfreich. Wenn wir zusammen trauern, dann verbindet uns das auch. Oxytocin wird ausgeschieden, das Bindungshormon. Jesus hat auch geweint. Zum Beispiel am Grab des Lazarus. Oder er hat auch über Jerusalem geweint. Als meine Frau und ich erfahren haben, dass unsere Tochter eine Behinderung hat, da war das für uns sehr traurig. Wir haben diese Situation gemeinsam erlebt, gemeinsam erlitten, gemeinsam getrauert. Und das verbindet uns auch wieder. Auch manchmal erleben wir aktuell wieder solche Herausforderungen, wenn neue Probleme auftauchen. Aber es verbindet uns, gemeinsam zu trauern. Es hilft mir, wenn ich lesen darf. Die Bibel verspricht, irgendwann wird es keine Trauer mehr geben.